so und damit willkommen zu einem neuen video von linux windows und mech hilfe heute mit magaya 9 beta 2 wichtig an der stelle als kleiner disclaimer ich glaube jetzt nicht dass ich so viel mehr ändern wird gegenüber dann der haupt kommenden haupt version deswegen könnt ihr das video quasi als haupt video zu magaya 9 sehen weil ich glaube so viel wird jetzt nicht mehr kommen tatsächlich magaya ist eine linux distribution im übrigen die auf mandriva basiert mandriva kennen vielleicht ein oder andere noch von euch ist eine französische linux distribution und so sieht man ja hier aus beziehungsweise willkommen bei magaya tux nutzer name aber ich gehe wieder die einzelnen schritte durch euch hat es ja richtig gefallen also warum dann auch nicht entsprechend weiterführen wenn es funktioniert wie gesagt feedback kommentare feedback lobkritik in die kommentare egal was haut rein schreibt rein bombardiert den kommentarfunktion dass da auch ein bisschen bewegung reinkommt und dann ja dann wird das glaube ich eine runde runde sache wir haben hier eben das willkommen dann haben wir hier verschiedene reiter zum einen die softwarequellen softwarequellen wo wir quasi softwarequellen bearbeiten können hier wenn wir hier draufklicken jetzt wieder natürlich das passwort wichtig vom root benutzer also vom administrator nicht vom administrator benutzer ganz wichtig wo wir hier entsprechend hier auswählen können hier seht ihr da wird auch gleichzeitig gesagt was oder worum handeln was ist quasi was talent nur die pakete zum beispiel audio und video kodex welche für bestimmte multimedien dateien oder kommerzielle die von dem benötigt werden na und da wird quasi gesagt was sind die einzelnen sachen also ich finde ich ziemlich cool also dass der user auch so an die hand genommen wird was ist was finde ich cool wirklich wirklich cool damit hier unten noch gesagt ab und das drahter passwort wird benötigt ich mache den hagen jetzt mal raus aber ich muss das hier nicht bei jedem start sehen dass das hier dann auf updates prüfen kann ich machen mache ich auch gleich hier wird auch ein bisschen gesagt wie magaya aktualisierung verwaltet nicht ziemlich ziemlich cool dann habe ich den mcc war gar ja das sogenannte maga kontrollzentrum dazu komme ich gleich das ist nämlich so eine eigene entwicklung die basiert ja wie gesagt auf man drüber und drüber hatte das meinte ich damals auch schon drin und riva gibt es aber seit über zehn jahren nicht mehr und daher gibt es jetzt mal gaia dann haben wir hier den punkt software installieren kann man machen über hier sind die verschiedenen repositories ich gehe aber natürlich über den anwendungs manager dann haben wir die anwendungen seht ihr hier die entsprechend hier drin sind oder auch die wir noch installieren können seht ihr hier wenn ich wie gesagt eine ziemlich coole sache dass er mich ja auch vorstellt hey zum beispiel unter grafik oder unter audio zum beispiel die klemmenteilen noch hier nach zu installieren wenn ich hier drauf drücke also das finde ich wirklich cool das ist dann richtig richtig toll bei der gelegenheit im übrigen haben wir noch die audio kodex hier oben ist tatsächlich hier installiert und hier unten haben wir noch die quasi nicht freien audio kodex da sagte aber hier dass das nicht aktiviert ist einfach zur impfung muss man halt dann wieder über die medienquellen haben ja schon gesehen das ganze dann entsprechend hinterlegen wir haben hier ihre konfiguration was quasi ist benutzer id lautet 1064 mit linux kernel 6.3.4 und wir finden magaya 9 beta 2 dann finden wir hier noch weitere informationen natürlich wenn uns irgendwas interessiert so schließen wir mal das ganze so sieht der hintergrund aus gibt natürlich noch viele weitere hintergrund bilder die mitgeliefert werden zeige ich euch alles gleich ich für meinen teil möchte heute mal wirklich darauf mal zu sprechen kommen und zwar auf die eigenen anwendungen von magaya weil da kann man sich so ein bisschen vorstellen wie unter open susan kennt euch ein oder andere von euch auch da ist jaz das herz stück hat die eigene entwicklung und jesus eben das magaya kontrollzentrum finde ich eine ziemlich coole sache so wir schauen aber zu allerersten mal was wird für software überhaupt mitgeliefert weil das könnte für den einen oder anderen auch denke ich mal sehr interessant sein bevor wir dann zu dem punkt kommen was wird mitgeliefert beziehungsweise wo kann ich software installieren deinstallieren so machen wir es quasi ein bisschen anders als sonst also wir klicken hier unten auf diesen buppel hier unten und haben nun hier die verschiedenen anwendungen beziehungsweise die verschiedenen themengebiete wir klicken oder können hier auf internet mal gehen haben hier zum beispiel kde connect das werde ich auch noch mal in dem video zeigen ist richtig cool das tool ist bis jetzt noch keiner wirklich drauf gekommen glaube ich im deutschsprachigen raum irgendwie dazu was zu machen groß aber dazu komme ich dann noch irgendwann dann haben wir hier natürlich auch firefox selbst redend haben wir auch mit drin ist natürlich der standard browser so sieht er hier aus hätte es gedacht dass magaya als start als als seite mit gestartet wird und der wird hier natürlich in der version als extended es er support geliefert also ziemlich aktuell wobei ich glaube es gibt davon schon aktuellere version glaube ich muss muss ich noch mal schauen dann werden hier so sachen auch mitgeliefert hier wie kamel oder hier den design editor zum vervorspannen dann konkurren oder kde der browser für kde beziehungsweise der internet browser und da wird ja natürlich mitgeliefert in der version 22.12.3 kde üben übrigens hier in genau so sieht das ganze aus dann haben wir so sachen tatsächlich wie tatsächlich konversation im chat oder k torrent oder netzwerkzentrum oder hier zum beispiel ein self editor so sieht er hier aus dann haben wir noch den punkt büro da haben wir so sachen wie zum beispiel libra office drin finde ich ziemlich cool dass wir die worauf es mitgeliefert wird so sieht aus libra office das kennt man was nicht mitgeliefert wird habt ihr wahrscheinlich gesehen ist base also das datenbankprogramm kann man sich aber wunderbar alles nachträglich nach installieren lassen das ist eine schöne dann haben wir ein adressbuch dann haben wir k context das ist eben der kontaktverwalter von kde organizer ist ein organisationsprogramm kalender wort er war alles hier auf kde wie gesagt ich habe ja hier im übrigen kde plasma deswegen sind ja auch so viele kde programme natürlich auch mit drin dann haben wir natürlich so sachen unter grafik zum beispiel gimp haben wir dabei das finde ich ziemlich cool die käme um fotos anzuschauen und auch ein bisschen zu bearbeiten dann haben wir die unterhaltungsmedien vlc selbstredend ist mit drin kde in life ist auch mit drin das finde ich ganz ganz cool denn gerade wenn man die videoschnitt software braucht und jetzt sich so ein bisschen rein fokussend will ist denke ich bei kde sicherlich nicht schlecht die voreinstellung hier mit 25 bildern pro sekunde die ja es ist sicherlich jetzt nicht die beste variante aber kann man ja alles einstellen und hier haben wir auch kde in live in der version 22.12.3 ja was haben was was haben wir noch was wird noch mit geliefert der dragon dragon player natürlich und natürlich hier l also auf jeden fall ist sehr sehr viel und eben audacity natürlich weil ich habe das ja nachträglich installiert habt ihr gesehen im installations video und entsprechend sehe ich hier jetzt wenn ich noch andere erweiterungen besucht kann das ganze natürlich wenn ich will überspringen aber das geht hier bei meinem prozessor bei der kernanzahl wunderbar so sieht er aus hier ja was haben wir noch was haben wir noch dann natürlich in der werkzeuge ganz klar k3b bern also k3b das ist um dvds und cds zu wer das noch hat dann natürlich kann notizen das ist ein notizprogramm auch von kde mit dem man natürlich auch entsprechend notizen machen kann dann natürlich willkommen magaia das was wir quasi vorher gesehen haben also das hier also ihr merkt schon das ist wirklich darauf ausgelegt auch die user user auch so ein bisschen abzuholen wir haben auch hier im übrigen die kindersicherung mit drin wenn ich das ganze jetzt mal entsperre da kann ich quasi auch sagen hier zum beispiel internetbrowser einschränken da habe ich hier auch den punkt anwendungen einschränken na also ziemlich coole sache auf jeden fall wobei muss ich jetzt selber wissen wie wo was dann haben wir natürlich noch hier den punkt entwicklung da natürlich spiele haben hier auch ein paar arcade spiele zum beispiel hier super super tux wird mitgeliefert finde ich ziemlich gut aber auch hier alles alles eine sache wo man natürlich auch manuell dann natürlich installieren kann wie gesagt wir kommen jetzt gleich dazu oder auch strategie sachen oder puzzle oder karten oder brettspiele also da habt ihr wirklich die auswahl der auswahl sage ich immer also langweilig wird es da eigentlich definitiv nicht dann unter dem punkt bildung haben wir so sachen wie geografie kde beziehungsweise marble der weltweite quasi der globus das programm werde ich aber auch noch mal in einem anderen video mal genau mal vorstellen ist eine richtig richtig coole sache ist mit marble kann man wirklich viel spaß haben dann haben wir wissenschaft und eben hier installieren und entfernen von software dazu komme ich jetzt nämlich auch und zwar kommen wir jetzt hier in das sogenannte ich nenne es jetzt mal ubuntu software center einfach auf magaya und zwar sieht das so aus wir haben jetzt ja aktuell 8 gigabyte freien speicher dann haben wir hier die programme mit grafischer oberfläche wir können aber auch sagen wir wollen alle das heißt also auch pro kipakete ohne grafische gui da ich immer bin der grafik gerne mag sage ich ich möchte das ganze gerne mit grafischer oberfläche beziehungsweise wir werden jetzt nur die programme angezeigt die auch den gui haben ich habe nun hier themengebiete nach die ich herum navigieren kann wenn ich will finde ich ziemlich cool wenn ich jetzt hier auf sicherheit zum beispiel gehe oder zum beispiel was nehmen wir denn da mal zum beispiel gehen wir mal gehen wir mal auf büro dann können wir hier das ganze aufklappen da wird das noch mal unterteilt nein nicht überall ist unterteilt aber weil in den wichtigsten punkt ist es unterteilt und zwar haben wir dann hier den punkt finanzen oder zum beispiel textverarbeitung und da wähle ich jetzt hier zum beispiel abivert na und hier wird quasi gesagt was wird alles mit installiert das ist für mich okay dann klicke ich hier auf anwenden und jetzt sagte hey will ich das wirklich es werden noch seht ihr 50 weitere pakete mit installiert sage ja und ihr seht jetzt wird das paket hier installiert das geht aber in der regel relativ fix weil diese pakete diese abhängigkeit sind relativ schnell und hier kommt sie sollten ihr computer aufgrund der aktualisierung von genau und neu starten ja kann ich machen so wenn ich jetzt hier oben abi na abi wird es installiert einfach mal kurz gucken hat er das auch installiert ich gehe auf büroprogramme und habe dann den punkt hier unter weitere abi wird warum er das aber jetzt sich unter a einbringt ist mir ein rätsel finde ich ein bisschen schade aber ihr seht das ganze ist installiert und auch jeder status ist grün wenn ich das ganze entfernen will da kann ich das natürlich so machen wir gehen tatsächlich hier auf den punkt aller updates nein wir gehen tatsächlich auf den punkt jetzt muss ich mal kurz selber tatsächlich müssen gucken wir gehen nochmal hier auf den punkt büro gehen wir hier nochmal auf den punkt text verarbeitung haben wir abi wird wählen das ganze weg klicken auf anwenden sagen ja und jetzt wird das ganze entfernt und abi wird ist entfernt sie dagegen ist einfacher aber es ist das gewesen was ich gefunden habe so so sieht das hier also aus einfach simpel und ich glaube für jeden benutzer relativ gut zu verstehen dann kommen wir jetzt aber zum in meinen augen herzstück das ganze nämlich zum agaia kontrollzentrum und zwar können wir das zum einen natürlich über den start aufrufen aber ich will es hier rüber machen hier unten seht ihr hier magaia kontrollzentrum da müssen wir natürlich uns authentifizieren mit dem root passwort weil man könnte ja hier auch sachen vielleicht sehen die man nicht unbedingt sehen sollte oder eben verändern na hier zum Beispiel software installieren entfernen habt ihr schon gesehen vorher wie das aussieht dann haben wir hier den punkt aktualisierungen des systems jetzt sagt er muss ich mit dem spiegelserver verbinden das darf er gerne tun und ihr seht hier gibt es sehr sehr viele anwendungen die aktualisiert werden wollen wir klicken hier unten auf aktualisieren jetzt wird gesagt er müsse noch 28 pakete im hintergrund mit installieren das darf er gerne machen und jetzt sehe ich hier dass die information geladen werden und sagt aktualisierung ist abgeschlossen geht relativ zügig klicken wir hier auf beenden dann ist das ganze relativ schöner unterteilt wir können auch die aktualisierungsfrequenz einrichten das heißt zum beispiel ich klicke jetzt hier mal drauf soll alle drei stunden suchen oder wartezeit nach der ersten prüfung kann man alles einstellen wie man möchte dann paketquellen für installation und aktualisierungen einrichten da kann ich hier eben verschiedene paketquellen auch entsprechend auswählen und je nachdem wie viel ich ausgewählt habe habe ich auch ein bisschen mehr software oder mehr treiber oder 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 einfach damit ihr das wisst dann kommen wir mal hier auf den punkt hardware da können wir zum beispiel zum beispiel auch hier den sound konfigurieren puls audio und hier unter fortgeschritten die soundmix einstellung auf standard zurücksetzen das kann man auch natürlich machen genau vielen dank dann haben wir auch den punkt verwaltung gefallen sie ihre hardware so hier kann ich mir quasi nämlich meine hardware anzeigen lassen bzw wenn ich hier drauf drücke seht ihr hier können wir auch dann sehen was für hardware drin ist was verbaut ist ist so ein bisschen wieder geräte manager und windows würde ich jetzt einfach mal so salopp sagen wir können auch hier aktuelle treiber optionen setzen das geht natürlich hier auch oder eben hier die konfigurationswerkzeug entsprechend starten wenn wir das sind wollen dann haben wir natürlich noch weitere sachen konfiguration der maus und tastatur zum beispiel haben wir das layout wo wir entsprechend um ändern können wenn wir jetzt sagen okay wir haben wir zum beispiel jetzt doch ein deutsches layout geben wir scrollen wir einfach hier ein bisschen nach oben da finden wir hier deutsch und klicken auf ok und das deutsche tastatur layout wurde hinzugefügt wenn ich jetzt wieder hier drauf drücke seht ihr hier ist deutsch ausgewählt und im übrigen hier haben wir noch die tastaturtypen seht ihr hier je nachdem welche tastatur ihr habt finde ich doch eine ziemlich coole sache dann einrichtung der zeiger ob geräte und zwar haben wir nun hier die maus was für eine maus wir haben und entsprechend tut er quasi und schon ein paar sachen voreinstellen dann haben wir auch den punkt scanner einrichten wenn wir uns gerne hier angeschlossen hält hält hier sagt dass zuerst das paketen müssen installiert werden wir klicken wir hier auf ja aber installieren der grund warum er jetzt übrigens nicht fragt nach meinem passwort ist weil ich es ja vorher schon eingegeben habe und das dauert jetzt auch einen kleinen moment wie gesagt ist immer so ein bisschen abhängig davon was macht ihr mit dem system würde mich im übrigen auch mal interessieren was macht ihr mit magari aber wofür würdet ihr es verwenden findet das vertrauenswürdig lasst mich doch echt mal in den kommentaren wissen jetzt ist nämlich hier das paket task scanning noch drin ihr seht ihr seht ihr hier das ganze beenden wir mal weil er quasi jetzt aufgehangen hat so jetzt haben wir hier suche nach neuem scanner bin jetzt mal gespannt ob er unseren drucker der auch als scanner fungiert tatsächlich der hp office chat pro ob er den findet oder nicht ja gefunden hat tatsächlich nichts deswegen klicken wir hier auf beenden wundern mich ein bisschen eigentlich hätte er ihn finden müssen aber nur gut nun haben wir die einrichtung tatsächlich jedes druckers jetzt sagte hier dass hier noch zwei sachen fehlen das ist für mich in ordnung die darf natürlich mit installieren sonst geht die schose hier tatsächlich nicht keine drucker hier gefunden da klicken wir mal hinzufügen und da bin ich mal gespannt hier auf drucker drucker finden dann müsste jetzt eigentlich tatsächlich gleich einen drucker in der regel anzeigen man kann ihn aber auch hier natürlich über den hostnamen des druckers natürlich auch finden oder auch hier über dann war wenn man das ganze möchte also ihr merkt da gibt es auch eine hülle und fülle wie man das ganze quasi noch machen kann schließen wir das ganze mal gehen wir wieder auf das kontrollzentrum gehen wir wieder unser langes 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 passwort ein so gehen wir hier auf netzwerk und internet da haben wir zum einen das netzwerk zentrum unser internet kabel da haben wir zum eigentlich auch die überwachen die wir quasi laufen lassen können wenn wir zum beispiel sehen okay es ist super langsam oder wie ist der upload wird hier quasi das ganze gezeigt dann io und eben die verbindungen entsprechend wir können das ganze aber auch hier seht ihr natürlich manuell einstellen dass wir quasi eine manuelle ip-adresse kriegen das geht alles wunderbar dann gehen wir hier auf system da haben wir zum einen natürlich sachen wie die die auditifizierung hier können wir quasi auch sagen wir wollen das hier die windows der medien machen oder eben hier über die lokale datei dann auswahl der region und sprachen neuer keine sachen eben einstellen wie es hier die system sprache natürlich deutsch kann aber auch auf fortgeschritten gehen alt nicht utf 8 kodiert ehrlich gesagt was das heißt weiß ich gar nicht aber wie gesagt auch ich weiß nicht unbedingt immer alles sofort snapshots können wir hier unten im übrigen auch noch anlegen aber auch hier will er natürlich erstmal entsprechend wieder programme installiert haben das sieht das ganze anders aus und ihr seht hier wir können hier uns entsprechend auch backups anlegen wenn wir das denn entsprechend möchten dann haben wir die netzwerk freigabe dann habe ich die lokale festplatte dann habe ich hier den punkt sicherheit weil wir können ja auch eine persönliche ipv4 firewall einrichten finde ich cool oder hier sogar auch eine persönliche firewall aber wir quasi auch hier noch ein paar sachen einstellen können wenn wir wollen entsprechend entsprechend und hier den system start auto log in einrichten das geht natürlich auch nein ich will kein auto log in ich will natürlich sehe ich ein auto log in und kann hier entsprechend auch sagen was für eine standard arbeitsumgebung will ich in meinem fall natürlich plasma und standard benutzer ist natürlich in meinem fall tux also ist das soweit richtig wir können im übrigen auch den boot manager einstellen und zwar sagen wir hey wie ist die warte zeit das finde ich richtig cool das heißt also nichts anderes wie wenn ihr mehrere betriebssysteme habt zum beispiel windows noch oder mac os x es soll ja auch noch gehen soll es auch noch geben kann man bei dem hier auch wirklich sagen hey warte zeit zehn sekunden tue ich jetzt mal auf zum beispiel 30 sekunden hoch ballern und hier kann ich auch sagen was will ich will ich quap oder will ich nur textmodus also ich finde das wirklich wirklich cool dann klinge ich auch weiter und wird das ganze eingerichtet so wie ich es vorher eingestellt habe dann hier standard dann mit was für einem desktop soll er hier starten und auch hier mit was für einer videoauflösung also ich finde das wirklich cool assistent beenden und ihr seht bitte warten und zack ist das ganze fertig finde ich wie gesagt eine richtig richtig coole möglichkeit eine richtig richtig coole sache also kann man auch wirklich sagen hey das ist eine richtig richtig klasse sache dann kommen wir aber mal zu dem punkt hey ich möchte es benutzer hinzufügen vielleicht habe ich jetzt ein paar sachen gesagt aber jetzt will ich wirklich benutzer hinzufügen da komme ich jetzt zum einen hier unten auf die einstellungen gehen das sind hier im fall die systemeinstellungen von ganz wichtig von tatsächlich gary nicht von magaya ich hätte mir jetzt eigentlich gewünscht dass die benutzeroptionen auch in dieses system quasi neue systemsteuerung rein geflossen werden aber ist vielleicht vom aufwand her ein bisschen schwierig also klicken wir auf benutzer habe ich hier tux ihr seht hier ich kann tux ändern das geht wunderbar ne deswegen sage ich hier auch linux windows mac hilfe art ist kontos ist jetzt hier standard ich will aber systemverwalt verwaltend und hier kann ich noch entsprechende bilder hinzufügen ich kann sogar auch hier eine datei auswählen ich würde sagen ich nehme jetzt einfach mal hier einen schönen Ballon klick auf anwenden jetzt will natürlich dass ich mein passwort eingebe ist klar und fehler beim speichern der änderung tatsächlich warum jetzt das ist ehrlich gesagt weiß ich nicht aber wir werden es ja nachher wahrscheinlich sehen mal gucken dann will ich aber jetzt sagen hey ich möchte gern ja was will ich eigentlich gern benutzer hinzufügen klicke hier unten auf benutzer hinzufügen in meinem fall test benutzer name machen wir mal tuxer und hier geben wir unser standard beziehungsweise schauen wir mal ob das kennwort hier so geht 1 2 3 4 5 6 bin ich mal gespannt oder ob er das sagt nö wir klicken auf erstellen hat funktioniert erstaunlich erstaunlich klicken wir hier mal auf passwort ändern mal gucken ob das jetzt hier auch geht das 1 2 3 4 5 6 Tabulator geht hier auch dann haben wir hier unseren benutzer ich wähle jetzt hier mal ein anderes Bild aus nehmen wir mal das mit den Büchern anwenden und dann würde ich sagen probieren wir doch einfach mal hat das jetzt funktioniert dafür klicke ich jetzt hier melde ich mich jetzt hier erstmal tatsächlich vom System ab sicher ist sicher und dann melde ich mich hier gleich mit genau und und jetzt werde ich mich hier mit dem entsprechenden Benutzernamen an nämlich tuxer und das entsprechende Passwort anmelden und ihr seht es hat funktioniert ich hatte schon so meine Befürchtung wobei es funktioniert nicht aber ihr seht es funktioniert hartel los das ist jetzt im Moment die Bootanimation und wird es nicht unter dem richtigen Benutzer drin nämlich Test so dann melden wir uns hier wieder ab das fragt euch natürlich warum jetzt wieder naja ich will jetzt den Benutzer löschen weil ich habe ja die Benutzer jetzt angelegt so jetzt sind wir wieder hier drin immer wieder hier auf die Einstellungen nämlich dann gehen wir auf Benutzer und tun hier den Test tatsächlich Benutzer löschen wir können zum einen die Daten behalten oder ihn komplett löschen genau jetzt kann natürlich die Passwort abfragen das ist auch richtig so das soll auch so sein im Übrigen und das Benutzer Konto ist gelöscht jetzt probieren wir es nochmal mit dem Benutzernamen ob das klappt ob ich ihn jetzt ändern kann oder ob er immer noch sagt nee Fehler bei der Speicherung der Änderungen gut dann lassen wir das so eigentlich müsste es gehen oder ich habe einen Wurm drin naja lassen wir das mal wir klicken mal auf Erscheinungsbild und haben nun hier die verschiedensten Erscheinungsbilder die sogenannten hier globalen Designs also wo alles zusammenfassen tut und uns interessiert da natürlich ganz ganz besonders wenn ich hier nämlich drauf drücke so sieht das Ganze nämlich dann komplett aus und zwar Fensterdekoration können wir hier einstellen wir können auch hier neue Fensterdekoration holen da haben wir hier tatsächlich hier das Windows OS 12 Aroaf bin ich mal gespannt ob das jetzt geht verwenden ja sieht gar nicht mal so schlecht aus gucken wir mal ob es da was gibt das tun wir es mal ein bisschen vergrößern ja installieren wir uns das hier mal verwenden zack wunderbar sieht schon fast so ähnlich aus wie das von Windows so fast wenn wir das im Fall flaschen wollen können wir natürlich hier einfach hier drauf drücken und natürlich hier zurücksetzen oder hier Knopfgröße sehr klein das sieht dann doch eher aus wie Windows oder hier neue Dekoration holen dann haben wir hier den Punkt nur installierte und können hier entsprechend sagen deinstallieren oder eben auch hier deinstallieren die kann ich entsprechend dann die anderen benutzen ich stelle das ganze mal auf Oxygen sieht nämlich ziemlich cool auch aus Titelleistenknöpfe kann ich hier entsprechend natürlich auch noch anbauen wenn ich will dann habe ich natürlich die ganzen Farben die ich mal einstellen kann ich habe hier Plasma Stil oder eben hier den Anwendungs Stil auch hier kann ich natürlich hier diverse Einwendungen mir noch anschauen wie gesagt wir haben da ziemlich ziemlich große Palette an Sachen drin so dann gehe ich nochmal hier auf die Einstellungen weil ich wollte euch nämlich auch noch zeigen wir sind hier in der Schnelleinstellungsübersicht natürlich dann habe ich den Punkt Hintergrundbild ändern weil mir zum Beispiel das jetzige Hintergrundbild nicht so gefällt da können wir aber auch hier auf neue Hintergrundbilder holen das ist halt wirklich ein riesen Vorteil wie gesagt wenn es funktioniert man kann entsprechend hier Hintergrundbilder auswählen ich klicke jetzt einfach mal Windows mal schauen ob es da irgendwas dazu gibt tatsächlich nehmen wir einfach mal das hier und das hier die beiden sehen eigentlich ganz gut aus seht ihr hier ich habe hier noch verschiedene andere die ich auswählen kann ich bleibe aber jetzt mal bei den beiden die ich tatsächlich auch schon installiert habe oder die ich installiert habe und ich würde sagen ich nehme das hier von Windows 8 sag anwenden sag ok schauen wir mal wie es aussieht ganz cool eigentlich nur Windows 8 natürlich kann ich aber auch hier mein FIM entsprechend dunkel einstellen sag anwenden da ist es halt ein bisschen dunkler spart ein bisschen Akku ob es Energie spart wirklich weiß ich jetzt nicht so also wenn ihr jetzt einen Rechner habt wäre auch mal interessant rauszufinden ich mache das ich lasse das ganze aber auf dunkel ich finde das ganze sieht so eigentlich ganz ganz gut aus so dann die Sachen hier zum größten Teil habe ich euch schon mal gezeigt deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal quasi durchrattern alles nur wie gesagt ein Punkt KDE Connect werde ich auch zeigen mal das ist eine richtig coole Sache da könnt ihr sogar da braucht ihr sogar wenn ihr eine Präsentation macht mit dem Beamer braucht ihr diesen Laserpointer sogar gar nicht mehr das ist dann quasi euer Handy aber ich greife wieder schon viel zu weit vor eine Sache die ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen möchte ist natürlich ist natürlich hier Punkt Multimedia wo wir einstellen können oder auch natürlich in den Punkt Audio oder hier über das System wo ich halt eben noch die Info bekommen was für eine KDE Version ist das was für ein Framework was für eine QT Version und was für ein grafisch Ding ist nämlich X11 und nicht Wayland so das war es von diesem Video ich hoffe es hat euch gefallen würde mich mal interessieren was ihr dazu sagt vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal und tschüss